Grüezi miteinander. Wir sind hier als Regisseureteam der Projektwoche und müssen andere Gruppen interviewen. Wir sind jetzt für die Musikgruppe zuteilt worden. Wir gehen jetzt hier einen kleinen Besuch von Abstadt und ein paar Interviews machen. Also kommen mit in die musikalische Gruppe hier. Gestern haben wir angefangen, ein Kakaung selber zu bauen. Das ist jetzt nur am Trocknen und so. Und heute ist eine der Musikschulen hier, wo wir lernen, ein bisschen Kakaung zu spielen. Und jetzt, gerade im Hintergrund, gehören unser Gruppchen im Rhythmus-Workshop. Das gehört dazu, dass wir das Instrument nachher auch noch lernen wollen. Ich habe eine leisige Gruppe, eine Interessierte. Gestern ein bisschen mit Werken. Sie waren sich nicht so gewöhnt, den ganzen Tag dran zu bleiben und zu schleifen. Und heute das Hirn ein bisschen zu lüften mit Rhythmus, das passt. Was lernst du eigentlich dabei? Handwerken und die Töne. In der Woche lernen wir auch, wie Töne und Form haben wir gerade gelernt, wie die Schallwellen funktionieren. So, das war's jetzt mit diesem Interview mit diesen Musikern. Wir hoffen, es war spannend, zu zuhören. Und wir gehen jetzt weiter. Und hier einen milligram mit. Wir müssen neue Schall abbeten. Aww, wir können hierher homeworken. OWN